Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 563. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei Frau Patricia. Hallo. Der Herr Dennis. Ja, servus, hallo. Der schon gesagt hat, er macht hier heute eher einen auf passiv und hört zu und wirft ab und zu mal unqualifizierte Kommentare rein. Nur unqualifizierte. Nicht von mir. Nur unqualifizierte. Genau, und für die qualifizierten Kommentare haben wir den Basti noch mit dabei. Gude und Grüße. Ja, wir könnten heute über drei Wettbewerbe reden, in denen die Eintracht aktuell vertreten ist. Ob wir das wollen und wie sehr wir das tun, klären wir gleich. Vorher aber, wie immer, am Anfang einer jeden Sendung ein bisschen Hausmitteilung. Denn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, könnt uns unterstützen. Dazu geht ihr auf eintracht-podcast.de. Da findet ihr neben allen Sendungen und den Links zu den Sendungen eine Support-Seite und da findet ihr aufgelistet die verschiedenen Möglichkeiten, wie ihr uns unterstützen könnt. Zum einen finanziell, wofür wir sehr dankbar sind, aber auch mit Bewertungen, Empfehlungen und so weiter. Also wenn ihr uns hier gerne unterstützen wollt, schaut doch da einfach mal vorbei. So. Und jetzt reden wir mal über die Eintracht und wie sie denn gespielt haben. Und ich würde einfach sagen, wir behandeln jetzt so die letzten beiden Spiele so ein bisschen zusammen, weil das Spiel gegen Riga, über das wir noch nicht gesprochen haben, das ist jetzt schon auch ein Moment her. Und vielleicht ist auch das Unionsspiel jetzt gerade das Interessantere. Um es kurz zusammenzufassen, letzte Woche Donnerstagabend Heimspiel in der Europa League. Die Eintracht spielt gegen Riga. Es gab dann doch die ein oder andere Rotation, für mich sogar ein bisschen mehr als erwartet wurde. Am Ende erarbeitet sich die Eintracht einen Sieg mit einem einzelnen Tor von Hugo Larsson in der 79. Minute und hat damit sieben Punkte in der Liga-Phase der Europa League. Und durfte dann am Sonntag nach Berlin fahren in ein, wie ich zumindest am Fernseher fand, wahnsinnig lautes Stadion. Aber da kann Basti vielleicht gleich noch was zu sagen. Und erarbeitet sich da ein Unentschieden. Und da können wir jetzt gleich mal die Frage in den Raum stellen. Nein, wir fragen erst Basti, war die Stimmung vor Ort tatsächlich so gut, wie sie es im Fernsehen angehört hat? Ja. Gut, hätten wir das auch geklärt. Klare Fragen, klare Antworten. Klare Fragen, hervorragend. Deswegen habe ich das vermisst, dass du so lange nicht dabei warst, Basti. Gut, dann kommen wir jetzt zur zweiten klaren Frage. Wie verdient war denn dieses Unentschieden am Ende des Tages? Oder hätte man sich nicht doch irgendwie damit abfinden müssen, wenn Union da am Ende die Mehrheit der Punkte oder die vollen Punkte für sich entscheidet? Auch wieder die Frage an dich, Basti. Also ich glaube, am Ende kann die Eintracht sich nicht beschweren, dass sie dann noch einen Punkt bekommt, weil die Spielanteile dann ab der 30. Minute schon eher Richtung Union gegangen sind und wir noch eine rote Karte kassiert haben, am Ende ja eigentlich sogar das 2-1 kassiert haben und dann trotzdem mit einem Punkt rausgehen. Also von daher kann die Eintracht sich da nicht beschweren. In den ersten 30 Minuten hätte ich diese Frage anders beantwortet, aber alles in allem muss die Eintracht mit dem Punkt zufrieden sein, was mich wiederum aber trotzdem unzufrieden zurücklässt. Warum lässt es sich unzufrieden zurück? Weil du in den ersten 30 Minuten wirklich für ein ekelhaftes Unionsspiel schon gute Voraussetzungen selber geschaffen hast und bekommen hast. Also Union Berlin hat das 1-0 von Eintracht nicht so gut verteidigt und Union Berlin ist glaube ich am gefährlichsten, wenn es unentschieden steht oder sie führen, aber wenn sie zurückliegen, müssen die sich ja zwangsweise ein bisschen aus ihrer Ordnung lösen. Das heißt eigentlich ist ein Führungstreffer gegen Union Berlin schon sowas, was es dir ein wenig leichter machen sollte, aber irgendwie hat die Eintracht nach 30 Minuten das nicht mehr zu schätzen gewusst und ich weiß immer noch nicht genau warum, weil es sah bis dahin echt gut aus. Ja und das habe ich halt einfach noch so im Kopf. Also mit zunehmender Spieldauer ist meine Unzufriedenheit gestiegen, weil ich es auch nicht ganz genau verstanden habe. Wie gut, dass wir Patricia dabei haben, vielleicht kann die uns das erklären. Warum hat die Eintracht nach der 30. Minute Stück für Stück immer mehr angefangen, dieses Spiel aus der Hand zu geben und ist dann da irgendwie dann wirklich nur noch geschafft, irgendwie mit Glück und vielleicht ein bisschen mehr Glück als Verstand tatsächlich auch da die Punkte mitzunehmen? Weiß ich nicht. Und wenn ich es wüsste, hätte ich vielleicht einen besser bezahlten Job oder so. Das kann ich mir vorstellen. Irgendwo bei einem großen Verein oder keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht, ich kann es mir auch nicht so richtig erklären. Vielleicht ist es echt schon so langsam diese Ausfallerscheinungen, die du dann nach 100 Spielen am Stück hast, aber andererseits wurde ja auch rotiert. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da seit Wochen mit der gleichen Elf auflaufen. Von daher, ich habe das Gefühl, die beiden Stürmer waren einfach das ganze Spiel über nicht im Spiel. Also irgendwie hat man es nicht geschafft, weder Mamouche noch Iquitique einsetzen zu können. Ist wahrscheinlich auch dem Gegner geschuldet, dass sie sich da nicht selbst so ein bisschen rausziehen konnten, weil wir kennen es ja, sowohl Iquitique als auch Mamouche haben des Öfteren mal so individuelle Aktionen, die es dann irgendwie retten, beziehungsweise die dann zu einer gefährlichen Angriffssituation führen. Ich finde, das war gegen Union jetzt sehr selten der Fall, kann aber auch tatsächlich dem Gegner geschuldet sein. Also wir wissen ja, Basti hat es schon ausgeführt und wir wissen es ja auch schon aus den vergangenen Jahren. Die stehen immer sehr, sehr, sehr kompakt und sehr eng und da bietet es sich glaube ich auch einfach nicht an. Ja, ansonsten kann ich mich nur anschließen. Also ich habe auch das Gefühl, je länger das Spiel ging, desto unzufriedener war ich und ja, nach Abpfiff war ich irgendwie immer noch unzufrieden, obwohl ich mich anschließen würde, dass das 1-1 wahrscheinlich sogar, ja, dass man sich damit zufrieden geben muss. Aber ja, so insgesamt zufriedenstellend war das ganze Spiel halt leider nicht. Ich hatte auch das Gefühl, dass die Spieler auf dem Platz mit zunehmendem Verlauf immer unzufriedener sind und sie keinerlei Ideen haben, wie sie es irgendwie lösen können. Ihr hattet jetzt gerade eben beide gesagt, dass die Stürmer da einfach auch nicht so richtig zum Zuge kamen. Ich glaube, das lag nur zum Teil daran, dass Union das sehr ordentlich gemacht hat. Das kann man glaube ich nicht in Abrede stellen. Aber ich glaube auch ein Stück weit haben wir uns da selbst so ein bisschen aus dem Spiel genommen, weil wir es irgendwie nicht mehr wirklich geschafft haben, Bälle zu diesen Stürmern zu bekommen. Und das ist mir so ein bisschen ein Rätsel, warum das irgendwie aufgehört hat. Denn es könnte vielleicht auch ein bisschen mit dem Ausfall von Rasmus Christensen zu tun haben. Auf jeden Fall hat das die Statik verändert. Basti, du hast ja eigentlich schon richtig gesagt, ab der 30. ging das eigentlich schon los. Der Ausfall war ja auch so was um die 40. Minute, da wurde es dann noch schlimmer. Die Statik hat nicht mehr so ganz gepasst. Ich fand auch, René, da hast du nämlich genau was Richtiges angesprochen. Die Sechser sind auch danach nicht mehr so richtig dazu gekommen, diese öffnenden Pässe nach vorne, die Spieler ein bisschen in Schau zu stellen. Man muss schon, GTK können zwar individuell oftmals noch viel reißen. Das hat Union auch sehr ordentlich gemacht, dass sie die zugestellt haben. Die Einzelsituationen waren dann eher teilweise, wo man gedacht hat, oh Mann, Mist, das hat die letzten Wochen alles etwas besser geklappt. Da war ein bisschen mehr Glück, man hat mit dem Ball ein bisschen vom Gegner noch berührt und konntest vorbeigehen. Das kam einfach alles zusammen, dass das nicht so vorne diese Einzelaktionen funktioniert haben, aber es auch denen unglaublich schwer gemacht wurde, weil keine Entlastung gerade auch von der Doppel-Sechs kam. Das muss man ganz klar so sagen. Götze war okay, klar hat auch sein Tor da gemacht. Das war noch von den Offensivspielern jemanden, wo ich sagen würde, der hat einen ganz guten Job gemacht. Auch ein Knauf hat mir nicht wirklich gefallen. Aber ich glaube, das ist tatsächlich viel der Statik und der Statikänderung auch spätestens nach dem Christensen-Ausfall geschuldet. Denke ich schon. Ja, bin ich bei dir, René. Ja, ich finde, dass die Stürmer gar nicht diejenigen waren, bei denen ich mich gewundert habe, sondern das, was Dennis angesprochen hat. Du hast das Gefühl, vom Rest kam dann nichts mehr. Und wenn Union Berlin irgendwie im Angriff war, hast du trotzdem immer vier Unionsspieler hinten gehabt. Also die haben nie wirklich komplett so ein Risiko genommen, sondern die sind immer mit vier hinten geblieben. Das heißt, diese langen Bälle auf die beiden schnellen Stürmer sind dann auch ausgefallen, beziehungsweise selbst wenn du sie erreicht hast, konnte zum Beispiel Etikette sich da nicht durchtribbeln, weil es einfach zu voll war irgendwann. Also du hast die Stärken der beiden irgendwie nicht ausspielen können und dann müssen halt andere kommen. Dann müssen andere Spieler kommen, die dann diese zugedeckten Räume von den beiden Stürmern irgendwie, ja, dann nutzen in anderen Räumen oder Standardsituationen. Ich meine, die Eintracht war ein bisschen gefährlicher als sonst, aber du musst halt am Ende, wenn du weißt, okay, wir können unsere ganzen Stärken hier nicht ausspielen, musst du dir halt andere Möglichkeiten überlegen. Und die Möglichkeit hättest du halt in der Halbzeit gehabt und das ärgert mich immer noch, dass das, was dann in der zweiten Halbzeit passiert ist, hat sich ja Ende der ersten Halbzeit schon angedeutet. Und du hast keinerlei Mittel dagegen gefunden, das hat mich gewundert, weil am Ende, der Fußball von Union Berlin ist ja auch keine Rocket Science. Ich wollte gerade sagen, also wir tun jetzt, also es klang irgendwie so ein bisschen, als wenn man da jetzt irgendwie überrascht ist, aber wie Patrizia es ja auch schon ausgeführt hat. Das ist so der Union-Fußball, den sie in der Vergangenheit auch schon gespielt haben und dass jetzt dieses Jahr wieder Vintage-Union da ist, ist jetzt auch nicht irgendwie neu. Also hätte man da nicht vorher irgendwie drauf vorbereitet sein müssen? Ja, wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Es ist auch leicht gesagt, wir sitzen dann mal auf der Couch und gucken auf den Stadion und gucken, die Spieler müssen nicht selber mitspielen. Am Ende ist vielleicht trotzdem auch Union Berlin dann zumindest in ihrem Bereich, den sie bespielen wollen, halt auch gut. Union Berlin hat schon viele Punkte geholt und Union Berlin ist wieder der unangenehme Gegner, der es in den letzten Jahren war. Vielleicht ist es dann auch so, aber trotzdem glaube ich, dass wenn du dort 1-2 führst, das Spiel 30 Minuten im Griff hast, muss das nicht passieren. Das kann passieren, wenn du bei Union Berlin spielst. Nee, muss es tatsächlich nicht. Also wenn du auch bedenkst, sorry nur ganz kurz, man hätte es auch nicht verlieren müssen. Also im Nachhinein denkst du dir, also verlieren müssen die Punkte, ne? Also es fühlt sich an wie so ein, wenn du geführt hast bei Union Berlin und dann dieses 1-1 kassierst, also wie man es auch kassiert hat, da denke ich mir so, boah, das hätte halt nicht sein müssen und dann wäre es vielleicht dann auch eine andere Geschichte gewesen, weiß ich nicht. Im Endeffekt hätte man dann vielleicht kein Tor mehr kassiert und wäre mit so einem dreckigen 1-0 da rausgegangen und dann wäre es eine ganz andere Geschichte. Dann würden wir sagen, boah, unangenehmer Gegner, da haben wir uns aber irgendwie durchgebunden und jetzt ist es halt eben nicht so. Ja, wie gesagt, im Endeffekt kann dir das bei Union Berlin passieren, wenn die am Anfang irgendwie ein glückliches Tor machen und du dann da hinterher rennen musst und die stehen hinten drin und dir fällt nichts mehr ein. Du machst am Ende trotzdem noch irgendwie den Ausgleich. Dann ist es auch 1-1, aber dann sagst du ja, okay. Aber du hast halt gute Voraussetzungen gehabt. Du hast dieses Tor geschossen, du hast auch die ein oder andere Chance gehabt nach einer Standardsituation mit Tutor. Ja, und am Ende führst du 1-0 und eigentlich müsstest du dann sagen, ja geil, das verbessert unsere Chancen. War aber nicht so. Ich glaube, dass die Eintracht halt für sich selber Erklärung finden muss, wann und wo es schief gelaufen ist. Da spielt mit Sicherheit auch das eine Rolle, was Dennis gesagt hat, dass der ein oder andere Spieler an dem Tag einfach nicht gut war. Ja. So, das kann man auch benennen. Das kann man auch machen, ohne Spieler irgendwie vor den Bus zu werfen, aber einfach sagen, dass Ansgar Knopf nicht seinen besten Tag hatte und dass er gewisse Situationen einfach schon, bevor sie entstehen konnten, getötet hat, indem er den Ball nicht annehmen kann. Oder indem er eine falsche Entscheidung trifft. Also, da wären Möglichkeiten gewesen, aber an dem Tag war es halt nicht so, dass jeder Spieler irgendwie an seinen Leistungslimit gekommen ist. Und dann hast du einen Gegner, der unangenehm ist, den man auch respektieren muss, der das auch an dem Tag gut gemacht hat, zusammen mit dem Publikum. Und dann reicht es am Ende für einen Punkt, der am Ende glücklich ist. Und du musst halt weitergucken. Und ja, wenn ich jetzt hier schon einzelne Spiele anspreche, das, was JB da macht, geht halt auch überhaupt nicht. Den Ballverlust zum Einsatz. Völlig ohne Not, sorry. Also völlig ohne Not das Ding herausgezögert. Verlierst den Ball, kassierst ein Tor. In einem Spiel, wo es halt eh nervig ist, weil du weißt, dass Tore schießen nicht so einfach ist und in dem Spiel Tore auch ein rares Gut sein werden. Das war ja vorher klar, dass du, keine Ahnung, nicht irgendwie da drei, vier, fünf Tore machst, sondern wenn du schon mal, das dann so einfach herzugeben, ist halt maximal ärgerlich. Also ist im Nachhinein leicht zu sagen, aber ich habe es auch vorher schon nicht verstanden, dass dieser Wechsel stattgefunden hat, weil Mario Götzahn im Tag meiner Meinung nach der beste Eintrachtsspieler war und der für die Situation, die dann entstanden sind, auch der bessere Spieler ist, weil er eine Erfahrung hat, Ballsicherheit, Übersicht, eine gewisse Ruhe. Also war schade tatsächlich und ja, wie gesagt, am Ende muss man dann trotzdem froh sein und ich glaube auch nicht, dass man sich an dieses Spiel lange ärgerlich erinnern wird, weil wenn du am Ende in deiner Bilanz stehen hast, du hast einen Punkt bei Union Berlin geholt, ist das schon in Ordnung. Ich wollte gerade sagen, da sind wir jetzt auch nicht so in schlechter, also gerade, wie du schon sagst, bei Union, also bei deren Heimspiel, wo die bislang diese Saison wahnsinnig effektiv unterwegs waren und auch generell sehr effektiv, die hatten vor dem Spiel vier Tore kassiert. Also da bist du mit dem einen Tor, was du geschossen hast, bist du eigentlich schon weit über Soll bei Union, ja, also ist definitiv kein Spiel, wo man sich ärgern muss, ist halt jetzt so, ja, die Frage, inwieweit jetzt die beiden Spiele, ne, du hast gegen Riga irgendwie mühevoll geschafft, da die vollen Punkte mitzunehmen, ein Tor zu machen, jetzt hast du dich hier wieder sehr aufgerieben und hast irgendwie nicht so wirklich, kannst nicht so richtig mit zufrieden sein. Was heißt das jetzt für die kommenden Spiele? Wir sprechen wahrscheinlich jetzt gleich dann noch über das Pokalspiel morgen, ist das jetzt so ein bisschen genereller, Downer oder muss man sich jetzt wirklich einfach schütteln und vergessen und nach vorne gucken? Wie geht ihr damit um, Basti? Ich weiß gar nicht genau, ich habe ein bisschen Schiss, dass wir jetzt aus den letzten zwei Spielen zu viel rausziehen und sagen, oh, der Trend ist irgendwie negativ, weil am Ende hast du trotzdem vier Punkte gut aus den beiden Spielen. Stimmt auch wieder, ja. Und die meisten Spiele waren gut, die Eintracht muss halt einfach durchziehen und gar nicht anfangen nachzudenken, ich glaube, das wird das Wichtige sein, nicht ob wir nachdenken, sondern ob die als Spieler nachdenken, sondern einfach sagen, okay, das und das hat gut funktioniert Und das können wir auch immer noch durchziehen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir sagen, boah, die Eintracht hat innerhalb von einer Woche alles verlernt, sondern im Endeffekt weiterarbeiten. Ich will, dass sie Eintracht weiterarbeitet, weil sie weiß, dass sie noch Arbeit vor sich hat an gewissen Stellen, selbst in den Spielen, wo wir gewonnen haben. Es gab Sequenzen, wo das zu sehen war. Und wenn du darauf Bock hast, dann kann dir nichts passieren. Ich habe halt gar keinen Bock, dass Dinge zu tun sind im Spiel, aber da eine Angst vor den Dingen entsteht, statt Bock auf die Dinge zu haben. Ich hoffe, dass sie Eintracht einfach in dem Modus bleibt, dass sie Bock darauf hat. Bock, diese Dinge zu lernen, Bock, sich weiterzuentwickeln und Bock, Spiele zu gewinnen und nicht in irgendeiner Art und Weise da in so eine Grübelei reinkommen, wo du denkst, oh Gott, wenn wir jetzt verlieren, dann ist aber irgendwie dann doch die Tendenz nicht, nee, gewinn einfach gegen Gladbach und alles ist gut und dann hast du ein Halbspiel gegen Bochum, wo du dann in der Bundesliga dich weiter oben festsetzen kannst und dann ist, glaube ich, trotzdem immer noch der Start sehr, sehr, sehr gelungen. Bin ich auf jeden Fall bei dir, Basti. Das Einzige, was mir so ein bisschen Magenschmerzen macht, ist, dass die Tugenden und eigentlich der Spielfluss mit einer Personalie, wir haben ja immer gehofft, dass wir vielleicht auch schon den nächsten Schritt machen können, dass wir sagen können, naja, Personalie ist nicht so schlimm, kann man gut rotieren. Ein Christensen, der auch am Donnerstag bei dem Spiel gegen Riga nicht so hundertprozentig performt hat, aber das gilt ja für viele Teile der Mannschaft, da hat man schon gemerkt, da tut sich ja auch auf der Seite etwas schwerer. Jetzt ist er hier nach dem Ausfall, hast du gemerkt, dass die Eintracht auch meiner Meinung nach zumindest einen Bruch erlebt hat, das schwer kompensieren konnte. Jetzt im Spiel ist das ja sowieso immer extrem kompliziert, aber auch diese vorgezogene Nummer mit Tuta und so weiter, was wir auch schon in verschiedenen Spielen gesehen haben, so hundertprozentig gefällt mir das einfach nicht und ich hoffe, und das ist eigentlich hier das Wichtige, dass schnellstmöglich eine gute Alternative gefunden wird, weil das, was hier oft angeboten war, dass Ben Christensen nicht so performt hat und dazu noch vielleicht auf der 6 seltsame Wechsel waren, dass dem Eintracht-Spiel nie gut getan hat die letzten Wochen, da hoffe ich einfach drauf, dass wir da was Stabiles sehen. Und auch, um nochmal einen ganz kurzen Punkt vorab nochmal zu nehmen, diese zwei Wechsel am Ende von Top-Möllev bei dem Spiel gegen Union mit Brown und ich glaube, Armandar kam dann noch. Armandar kam für Knauf und Brown kam für Mammusch. Armandar kam für Mammusch. Armandar kam für mich eigentlich dann nach vorne hin eh abgeschrieben. Ich hoffe einfach drauf, dass wir einen besseren Ersatz als jetzt dieses, was wir in den letzten Spiel zumindest jetzt auch gegen Union gesehen haben, für einen Ersatz für Christensen schon im Kopf ist, der jetzt einfach so halt nicht ging, weil das jetzt zu viele Wechsel und zu viele Änderungen bedacht, weil das ist für mich eine Schlüsselposition. Tatsächlich ist das für mich jemand, der hier sehr, sehr viel Stabilität reingebracht hat und wenn er performt hat, hat die Eintracht auch eigentlich immer sehr, sehr gut performt. Aber wie seht ihr das denn? Habt ihr Personal Christensen? Ich glaube, im Spiel kam ja dann Ibimbe für ihn und er hat das gemessen an, wie das Spiel insgesamt sich verwendet, verentwickelt hat und wie der Gegner da unterwegs war, hat er das gut gemacht. Aber klar ist natürlich jetzt generell die Frage, und da werden wir mit Sicherheit dann gleich drüber sprechen, wenn wir über das morgige Pokalspiel sprechen, wie du das jetzt systematisch angehst, ob du eine gute Alternative hast für die Rechtsverteidigerposition, um weiter in der Viererkette zu spielen, oder ob du nicht jetzt dann auch so ein Stück weit notgedrungen wieder auf die Dreierkette mit irgendeinem Flügelspieler dann da irgendwie gehen musst. Ich hätte da so halbe Lösungen im Kopf, die mich aber auch alle nur teilweise überzeugen, ehrlicherweise. Aber vielleicht haben die anderen beiden da noch eine Meinung zu. Patricia, fang du mal an. Ja, schwierig. Schwierig, ehrlich gesagt. Also klar ist, es wird sich verändern, das ganze Spiel, weil, also mir macht es auch in erster Linie Bauchschmerzen mit Christensen. Ich finde es gar nicht cool, das war auch schon in dem Moment, als es passiert ist, du hast ja schon gesehen, das ist irgendeine Muskelgeschichte. Und da weißt du schon, scheiße, jetzt dauert das mal ein paar Wochen. Und das hat mir gar nicht gefallen, weil das echt in so einer kurzen Zeit, die er hier ist, enorm wichtig, nicht nur spielerisch. Ich habe auch das Gefühl, der bringt einfach so eine Galligkeit mit auf den Platz und dass der irgendwie auch jeden Spieler so ein bisschen pusht. Und ich habe so das Gefühl, so Charaktere brauchst du auch. Und er ist halt einer davon und der ist jetzt erst mal weg. Aber müssen wir uns mit abfinden. So komplette Lösungen habe ich jetzt noch nicht. Ich fand, klar, wenn du Dina Ibimbe da hinstellst, ist das eine offensivere Lösung. Der ist halt kein Rechtsverteidiger in dem Sinne. Hat mir aber trotzdem zuletzt ganz gut gefallen, immer wenn er gespielt hat. Also dementsprechend bin ich froh in dem Sinne, dass er wahrscheinlich beziehungsweise eine Möglichkeit ist, ihn spielen zu lassen. Bin dann aber auch nicht sicher, ob das in der Viererkette dann so viel Sinn ergibt, weil eben der defensive Part, keine Ahnung. Also es ist schwierig. Müssen wir vielleicht dann auch später nochmal gesondert drüber reden, wie wir jetzt die nächsten Spiele aufstellen würden. Aber ja, ist halt nicht optimal, wenn du noch bedenkst, dann die Gelb-Rote für Theat, dass der dann jetzt auch ins Spiel ausfällt. Dass du dann quasi gegen Bochum ohne beide Links- und Rechtsverteidiger spielst, ist jetzt nicht so geil. Also mir gefällt diese Zange, Theat Christensen, ultra gut. Ja, dass du dann beide direkt ersetzen musst, dann musst du dir halt was einfallen lassen. Das ist halt auf jeden Fall, ja, ist nicht optimal. Aber ich sage mal so, die Eintracht hat immerhin Optionen. Und wir haben ja genau über diese Situation haben wir in den vergangenen Wochen gesprochen. Da haben wir gesagt, oh, wir haben so viele Spieler, wann sollen die alle spielen und ich würde den gerne sehen und ich würde den gerne sehen. Jetzt sind wir an dem Punkt, jetzt muss halt auch mal umgestellt werden oder jetzt muss halt mal jemand anders spielen. Und ja, wir werden sehen, wie gut es klappt, beziehungsweise auf wen dann auch die Wahl fällt. Ja, ich tue mich schwer, ehrlich gesagt, das in irgendeiner Art und Weise schlimm zu finden, weil im Endeffekt ist ja das klar gewesen, dass wenn wir Dreifachbelastungen haben, dass genau diese Spieler, die auf der Bank sind, irgendwann kommen müssen. Und ich hoffe einfach, dass unsere Systematik nicht von einzelnen Spielern abhängig ist. Natürlich haben die gute Leistung gezeigt, aber ich hoffe, dass die Eintracht jetzt letztes Jahr angefangen hat, sich da irgendwas zu erspielen, dass das jetzt halt einfach weitergeht, dass man weiß, okay, Christen sind nicht da, aber wir haben irgendjemand, der das ähnlich erfüllen kann, beziehungsweise oder wir können umstellen. Also ich weigere mich zu glauben, dass wir das nicht kompensieren können, gerade in einem Heimspiel gegen Bochum. Danach ist zumindest Theat schon wieder da, hoffe ich. Das ist nur ein Spiel, oder? Also Gelb-Rote-Karte. Gelb-Rote-Karte ist nur noch ein Spiel. Also von daher sollte das locker, locker drin sein. Und ich hoffe einfach, dass die Spieler, die dann auch, weiß ich nicht, zu Unrecht mal auf der Bank sitzen, beziehungsweise unbedingt spielen wollen, ja dann zeig's halt. Also ich glaube, dass wir genug interessante Spieler haben, die da reinkommen können und dass man nicht sagen kann am Ende, ja, also so ein Christensen-Ausfall kann der Eintracht einfach nicht kompensieren. Nee, sorry. Also da weigere ich mich, das zu akzeptieren. Das darf auch keine Ausrede sein, dass da jetzt komplette Spiele in die Hose gehen. Das nicht. Ich finde nur, also klar, jetzt so ein mehrwöchiger Ausfall ist halt irgendwie beschissener, als wenn man sagt, hey, das ist eine Rotation und das war ja klar, dass Rotation auch kommen wird. Also man hätte den, also Topmüller hat's ja selbst, glaube ich, nach dem Spiel gesagt, er hat mit dem Gedanken gespielt, Christensen gegen Union gar nicht aufzustellen. Im Nachhinein ist man schlauer, im Nachhinein sagt er auch, er bereut's jetzt, dass er ihn doch spielen lassen hat, weil das halt einer von denen ist, die jetzt wirklich schon enorm viele Minuten auf dem Rücken haben. Ja, jetzt ist es halt so gelaufen, jetzt hat er die Muskelverletzung. Das finde ich halt jetzt so ein bisschen suboptimal, dass der dann raus ist, dass der dann auch erst wieder reinkommen muss und das schon irgendwie ein wichtiger Spieler war. Ja, aber es ist jetzt nun mal so. Wäre halt geiler, wenn es einfach nur eine Rotation wäre, wo der Trainer entscheidet, hey, du bist ja heute mal auf der Bank oder du bist die nächsten zwei Spiele auf der Bank und dann kommst du frisch wieder rein. Ist jetzt nicht so, aber es ist zum Glück ja, also ich klopfe jetzt auch auf Holz, es ist zum Glück nicht so, dass wir jetzt fünf oder zehn Ausfälle haben. Es ist jetzt ein Verletzter, jetzt haben wir Teat gesperrt, ein Spiel. Ich glaube, es ist auch zu verkraften, bin nur gespannt, wie und in welcher Form das dann sein wird. Aber es ist ja auch, also wie gesagt, wir haben ja Optionen. Ja, es wird auch ehrlich gesagt wichtig, dass das funktioniert. Also unabhängig von der Verletzung wird es wichtig, dass das funktioniert, weil wir ja in den vergangenen Jahren immer gemerkt haben, was irgendwann dann Richtung Rückrunde passiert, wenn du nur so 13, 14 Spieler hast. Also wir hatten ja oft die Situation, dass es 13, 14 Startspieler gab und dann am Ende gab es Pressekonferenzen, wo erzählt wird ja, der eine pisst Blut und der andere kann nicht mehr und bla bla bla. Ich habe das Gefühl, dass das auch jetzt schon verhindert werden soll, indem halt jetzt schon angefangen wird, im zweiten, dritten Europa-Pokalspiel ja den einen oder anderen mal rauszunehmen, den anderen reinzubringen und bla bla. Die Eintrachten muss das drin haben, um dann auch in der Rückrunde fresh zu sein. Dass du das Gefühl hast, okay, geil, man kann den einen oder anderen einfach ersetzen. Und ich hoffe einfach, dass Spieler wie Braun oder so oder auch Ibimbe, der ja jetzt eine neue Chance, Anfangszeichen, bekommt, dann diese Chance auch nutzen. Also das kam mir im Europapokal von Martanovic und Usum zum Beispiel ein bisschen zu wenig. Diese Chance zu sagen, oh, da performt eine Mannschaft richtig gut und da ist irgendwie kein Fenster für mich, wo ich reinsteigen kann. Aber jetzt öffnet sich es und jetzt let's go. Also das ist jetzt die Chance für jemanden einfach reinzukommen und zu sagen, ja, vorher gab es dann Christensen kein Vorbeikommen, aber ich bin da. Und das unterscheidet sich auch dramatisch von vergangenen Zeiten, wo wir Spieler hatten, die wir gar nicht ersetzen konnten. Weil wir gar keinen Spieler hatten, wo du gar nicht reagieren konntest. Jetzt haben wir es ja. Wir haben ja gefühlt auf jeder Position zwei Stück, wo du sagst, boah, der ist interessant, boah, den würde ich auch gerne mal sehen und den würde ich gerne mal sehen. Ja, nee, ne Brown, Digga, dann let's go. So, probier es halt aus und vielleicht funktioniert es ja. Was nicht heißt, dass ich nicht bei Patrizia bin, dass das ein Drama ist, dass der ausfällt, weil der ja auch dabei war, sich in die Bundesliga reinzugrooven. Der hat jetzt, wie Dennis gesagt hat, nicht immer die besten Leistungen gehabt, aber trotzdem ist er ja auch ein neuer Spieler gewesen, der ungewöhnlich schnell präsent war. Und dafür ist das natürlich jetzt wirklich ein Drama, dass der da jetzt quasi bei dieser Entwicklung unterbrochen wird. Ja, und der halt auch nochmal, das hat er auch Dennis ja schon gesagt, anhand von seiner Ausstrahlung und von seiner Art und Weise auch in der Lage ist, da auch andere Spieler mal irgendwie noch mitzunehmen, der halt dann vielleicht nicht fußballerisch immer gerade top ist, aber dann halt zumindest mit Einsatz und so weiter, dass er das dann wieder so ein Stück weit weg macht. Und das ist halt schon dann auch so ein bisschen ärgerlich. Aber ich gebe dir vollkommen recht, Basti, wir sollten genügend Alternativen haben. Und das wäre jetzt dann die Probe aufs Exempel. Und das würde uns dann auch, glaube ich, ein Stück weit Beruhigung geben, wenn man halt eben jetzt auch sieht, okay, die Alternativen, die wir gesehen haben, die funktionieren auch. Und wir können dann auch solche Dinge irgendwie wegstecken. Weil ansonsten wird es wieder drauf hinauslaufen, wie du es gerade eben gesagt hast. Dann haben wir 13, vielleicht 14 A-Kandidatenspieler und der Rest kommt dann irgendwie so unter C und D. Und dann hast du da schon wieder eine Lücke und dann, ja, warte ich. Ihr habt das aber doch gerade genau so super auch erklärt. Es ist so schade, dass dieser Entwicklungsprozess, den du jetzt gerade gesehen hast und worauf wir uns alle gefreut haben, eine Viererkette, eine geile Viererkette. Tert, Koch, Tuta, Christensen, richtig stark, richtig geil. Sowas, wo du sagst, Aufstellung, komm, wir gehen es mal durch. Oh, der Gegner, jawohl, passt perfekt, lassen wir spielen. Wie lange wollten wir die endlich durchsetzen? Wie viele Trainer sind daran gescheitert? Weil sie gesagt haben, ich werde wahnsinnig. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir einfach durch so einen Ausfall hier eine adäquate Ersatz für eine Viererkette, das wird wieder sehr schwierig, weil du einfach eine andere Statik, das muss einfach passen. Die Spieler müssen natürlich auch passen. Das wäre natürlich schade, wenn wir jetzt wieder zu, naja, die Dreier-Fünfer-Kette hat ja immer gut funktioniert. Dafür ist auch noch genug Personal hinten da. Das kannst du auch noch mit den drei anderen, wenn der hat wieder zurückkommt und so weiter, gut spielen. Und auf dem Außen hast du auch ein bisschen was, ob du dann mit Nkunku wieder links und rechts, wen auch immer spielen lässt. Ihr Bimbe, ihr habt es ja schon angesprochen, der ja eher auch nach vorne. Das ist zwar alles super und damit kannst du auch was überbrücken. Es ist nur extrem schade und extrem deprimierend, dass gerade dieser gute Entwicklungsprozess nicht nur für Christensen selbst, sondern auch für die Eintracht hier wieder in meinen Augen zumindest stark gefährdet werden könnte, weil du einfach dir eine Möglichkeit, die jetzt so stabil da war, wo du gesagt hast, da kannst du dich drauf verlassen, natürlich jetzt erst mal wegfällt. Aber lass uns überraschen. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn natürlich jemand das sofort sehr gut wieder kompensieren kann. Gut. Möchte irgendwer noch über Schiedsrichterleistungen aus den letzten Spielen sprechen? Frag einfach nochmal offen. Ja, kann man, weil das jetzt zum zweiten Mal eine Rolle gespielt hat. Also die Eintracht kann sich hier natürlich am Ende nicht beschweren und hat natürlich am Ende Glück, dass sie das Tor zurückgenommen wird. Aber diese gelb-rote Karte ist halt ein Witz, wenn der das im Spiel sieht. Also der steht da direkt. Der scheint ja auch das Foul beurteilen zu können, sonst hätte er keine gelb-rote Karte geben können. Er sieht aber nicht, dass Theater halt vorher gefault wird und dann wird das Spiel abgepfiffen und dann ist es vorbei. So, ich kapiere es nicht. Es ist jetzt auch, glaube ich, zum zweiten Mal hintereinander. Ich glaube, Felix Brüchert vom Kicker eine 6 bekommen und Aram Osmus hat eine 5 bekommen. Es ist zum zweiten Mal, dass die Eintracht eine katastrophale Schiedsrichterleistung im Spiel hatte. Das nervt halt. Also es nervt allgemein diese ganze Schiedsrichter-VAR-Diskussion, und dass das immer wieder so einen Einfluss hat. Dass das in der Saison ein paar Mal passiert, ist auch klar. Aber irgendwie hat es jetzt dadurch, dass es jetzt so schnell hintereinander war, einfach nur Häufung. Was unnötig ist, weil im Fußball entscheiden diese Kleinigkeiten, gerade bei so einem Spiel bei Union Berlin. Und das hat mit Sicherheit nicht geholfen am Ende, um in irgendeiner Art und Weise da vielleicht sogar selber nochmal Richtung Sieg zu spielen. Es fuckt einfach ab. Sorry. Also es fuckt mies ab, dass das so ist. Es fuckt mies ab, wie das kommuniziert wird. Es gibt nach dem Spiel keinerlei Aussagen zu irgendwas, die sagen, schade, habe ich mich verstanden. Nichts. Es wird einfach so getan, als wäre das ganz normal. Du hast auch das Gefühl, es passiert nichts. Es gibt keine breitere Diskussion über diese Generation an Schiedsrichtern, die gerade in Deutschland ist, die wirklich zur schlechtesten gehört, die man seit langer Zeit hatte. und das ist nichts gegen jeden Schiedsrichter einzeln, aber trotzdem ist das sehr auffällig in den letzten Jahren, dass du das Gefühl hast, die deutschen Schiedsrichter sind schlecht und das wird durch den VAR nochmal sichtbarer, weil du alles irgendwie jetzt zerdröselst und zerredest. Es gibt beim VAR keine klare Linie, es gibt beim Handspiel keine klare Linie, die Schiedsrichter wirken verunsichert. Es gibt arrogante Schiedsrichter, es ist eine Wagenbock-Mentalität da. Es ist einfach eine Quelle von großem Ärger geworden. Und das war es immer, aber ich habe das Gefühl, dass diese Saison wieder von vorne losgeht. Nicht nur bei der Eintracht, sondern in vielen, vielen Spielen, wo du denkst, so Leute, irgendwann muss man sich mal irgendwas überlegen und vielleicht machen die das, da bin ich nicht tief genug im Game drin. Aber es muss irgendwas an der Ausbildung von Schiedsrichtern getan werden, weil das häuft sich einfach so sehr. Und Harm Osmas, also wenn man es zusammen, Harm Osmas ist ein schlechter Schiedsrichter, nicht nur in dem Spiel, sondern allgemein. So. Der scheint aber einer der Besseren zu sein und da liegt vielleicht das Problem. So, Harm Osmas, ich kann mich bei Harm Osmas nicht beschweren, weil was soll der sagen? Nee, ich bin nicht gut genug, ich will Dritte Liga pfeifen. Nein. So, der wird gestellt und so, aber er ist einfach, weiß ich nicht. Irgendwie, ja, egal. Ich spare mir weitere Kommentare. Ja, aber wie du schon euch gesagt hast, das ist sehr auffällig, dass das, und wir gucken jetzt ja nur auf die Eintrachtsspiele, wenn du da auf die gesamte Liga guckst, ist das halt generell irgendwie ein Thema, was da immer mehr durchkommt und was halt einfach irgendwie ärgerlich ist. und was mich persönlich da am meisten noch stört, ist, dass du halt wirklich einfach auch, und das liegt für mich auch sehr stark mit dran, an dieser mangelnden Kommunikation und dieser mangelnden Fähigkeit, auch mal irgendwie in irgendeiner Art und Weise einen Fehler einzugestehen, dass du permanent das Gefühl hast, beschissen zu werden. Ich meine, es ist ja vollkommen okay, wenn da einer mal irgendwie was nicht sieht oder mal einen Fehler macht oder eine falsche Entscheidung oder irgendwas trifft, alles, alles fein, aber dann steht halt dazu und dann kommuniziert es halt auch sauber und dann erklärt vielleicht auch, ich meine, es würde ja dann auch schon einfach mal reichen, zu erklären, warum ist das denn so gewesen, aber dann kriegt man wieder vorgehalten nach dem Motto, nee, wir können hier Kommunikation nicht veröffentlichen, weil das würde die Leute überfordern. Also was ist das denn für eine Aussage, dass du als Fußballfan überfordert bist, nur weil man irgendwie die Kommunikation zwischen Schiedsrichter und Videoschiedsrichter irgendwie bekommen würde. Für wie blöd hält man mich denn? Ja, aber was würde das bringen? Dass ich es zumindest anders da irgendwie einsetzen kann. So habe ich wieder das Gefühl, dass da irgendwie, weiß ich nicht, die sich über das Wetter unterhalten und dann trotzdem irgendwie nur irgendeinen Kram machen. Ich weiß nicht, ob Ingame-Kommunikation für mich wichtig wäre, aber danach. Das Schlimme an der Berückssache war doch, dass Knut Kircher sich da einen Doppelpass setzt und wirklich meint, er müsste in irgendeiner Art und Weise wie der wachsweicheste Politiker das irgendwie rechtfertigen und das geht halt nicht. Ja, aber dann muss ich auch die Frage stellen, hättest du wirklich erwartet, dass der Doppelpass da als investigatives Medium da die richtigen Fragen stellt und Dinge aufhört? Haben sie doch. Also Stefan Effenberg war ja ziemlich klar und selbst das Publikum dort, und das ist ja schon bezeichnet, das Publikum dort musste ja lachen, als der seine Ausführungen da gemacht hat. Aber der ist ja scheinbar vom DFB dafür beauftragt worden, die Kommunikation irgendwie zu leiten. Und wenn die so aussieht, dann brauchst du es auch gar nicht machen. Dann brauchst du es vielleicht nicht. Dann brauchst du es auch einfach nicht machen. Ich habe keine Ahnung, wie man diesem Thema Herr werden kann, weil ich kann auch die Schiedsrichter verstehen, die vielleicht sagen, boah, wenn ich anfange Fehler zuzugeben, schwäche ich meine eigene Position, dann setze ich es in irgendeiner Art und Weise aus. Vielleicht trauen die sich auch gewisse Dinge nicht anzusprechen, weil sie vielleicht selber sagen, ey, Leute, ich habe selber keine Ahnung, was ein Handspiel ist. Die haben uns das zwar gezeigt, aber ich verstehe es nicht. Und dann muss ich das halt irgendwie nach meinem Mössenspielraum entscheiden, sodass während einem Spieltag oder zwei Spieltagen vergleichbar identische Szenen passieren, wo zwei verschiedene Entscheidungen getroffen werden, wo wir dann von Grauzonen und alles Mögliche hören. Aber egal, wo das Problem liegt, es ist auch nicht meine Aufgabe, zu analysieren, wo das Problem anfängt, sondern einfach nur zu sagen, es ist da eins vorhanden und löst das bitte, weil es nervt. Und es nervt einfach, weil ich glaube, dass wir gerade in einer Situation sind, die so nicht bleiben wird. Das ist nicht so, dass ich denke, ja gut, das ist jetzt so, alle Spieler müssen sich dran gewöhnen, alle Schiedsrichter, alle Fans, deal with it, sondern das ist ein ständiger Prozess, wo ich halt denke, ja, jetzt wurde die Eintracht da halt so und so benachteiligt und in drei Jahren findet so eine Szene wie mit Etiquette vielleicht gar nicht mehr statt, weil es jetzt klar ist, dass sie sich das angucken müssen. Oder, oder, oder. Ich habe keine Ahnung. Also du hast ja das Gefühl, dass auch da immer so Feinjustierungen gemacht werden, wo gesagt wird, jetzt darf nur noch eingegriffen werden bei einer klaren Fehlentscheidung. Es darf eingegriffen werden, wenn es Schiedsrichter ist. Wisst ihr das? Wisst, kann mir einer von euch drei beantworten, wann die eingreifen dürfen? Falle nicht. Ganz klar. Nee. Boah, spontan in jeder Nuance jetzt ganz bestimmt nicht. So, also das weiß auch keiner mehr. Es ist immer, gilt immer noch nur bei ganz klaren Fehlentscheidungen. Aber es ist wahrscheinlich ermessenswert. Ja, aber das ist ja auch Definitionssache. Wann ist es eine klare Fehlentscheidung? Das ist ja, wenn einer definiert hat, das ist eine klare Fehlentscheidung. Für mich ist das eine klare Fehlentscheidung und dann guckt, keine Ahnung, Bernd zwei Stühle weiter von mir drauf und sagt, ja für mich ist es keine klare Fehlentscheidung. Das ist so 50-50-Ding für mich. Und dann haben wir wieder das Problem. Wer definiert das denn? Du kannst das nicht definieren. Du hast da gar keine Chance, weil du keine Schwarz-Weiß-Entscheidungen hast. Ja, aber dann habe ich auch keine Chance, das zu verstehen. Ja, richtig. Dann habe ich auch keine Vergleichbarkeiten. Nein, hast du auch nicht. Das habe ich, wenn du sitzt dann da und beim Handspiel habe ich ehrlich gesagt schon aufgegeben. Wir haben bei 3,90 reden wir ja lang und ausführlich immer über den VR. Ja, ich hörte es. Und ich kann bei Handspielen gar nicht mehr mitdiskutieren, weil ich gar nicht mehr genau weiß, ich weiß nicht mehr, ob das eine Fehlentscheidung ist oder nicht. Da bin ich auch raus. Ich bin auch nicht geupdatet. Also ich weiß nicht, weil ich habe das Gefühl, es heißt alle zwei Wochen, nee, jetzt ist das und das zählt jetzt als Handspiel oder das und das ist jetzt immer 11 Meter und jetzt ist es doch nicht mehr immer 11 Meter. Und ich bin irgendwann ausgestiegen, weil ich mir gedacht habe, weil selbst wenn, selbst zu der Zeit, wo ich dachte, ich kenne die aktuelle Regelung, habe ich trotzdem so viele Entscheidungen nicht verstanden, dass ich mir denke, das ist ja wirklich willkürlich. Also das kommt mir wirklich so vor, als würde da einfach jemand random entscheiden, ohne Regel, ohne Verstand, wann ist Handspiel, wann nicht. Weil also es kann mir keiner erzählen, dass da irgendeine klare Linie drin ist. Dafür gibt es zu viele Gegenbeweise, dass es eben keine gibt. Ja, aber auch schon seit einer langen Zeit. Aber Leute, wenn ihr doch von dem Punkt her, musst du doch eigentlich, um es zusammenzufassen, habt ihr doch am Anfang der Diskussion schon genau das richtig gesagt, da durch diese schlechte Kommunikation, auch Basti, du bist ja immer im Stadion eigentlich, allein wie, was das für eine Scheiße ist, dass du überhaupt nicht weißt, wird ja manchmal gar nicht angezeigt, was wird denn jetzt geprüft, dann wird erst mal geguckt, was ist da los. Dann siehst du im Fernsehen so Bilder, wie ich glaube es war jetzt bei dem Brüchspiel, wo er zu dem Fernseher läuft, sich das anguckt, dann läuft er weg. Dann will er wieder hin. Dann sagt er, zeig es mir nochmal. Ach nee, und siehst du, dass nichts gezeigt wurde. Aber trotzdem, okay, dann gebe ich jetzt doch die Entscheidung, dass das eine Kommunikation ist, wo jeder sagt, was ist denn jetzt los? Da müsste, zumindest der Hinweis müsste, es wurde, weil, ihr habt es gerade richtig gesagt, der Videoschiedsrichter greift hier nicht ein, es ist keine klare Fehlentscheidung für ihn, es ist eine klare Kommunikation, fertig. Dann wäre das für alle akzeptabel, dann sagt man, okay, der hat das eben jetzt heute so entschieden, alles klar. Ja, aber da ist doch schon wieder der Fehler im Satz, der hat das heute hier so entschieden. Nee, der soll das nicht heute hier so entscheiden, die sollen das, wenn dann immer gleich entscheiden. Weil ansonsten machen doch auch... Das kannst du doch gar nicht, das kannst du doch glaube ich gar nicht. Das glaube ich ist tatsächlich was, was eine optimale Lösung wäre, das wird es so nicht geben, weil alle Situationen ein bisschen anders eben sind. Es ist nicht eins zu eins immer die gleiche Situation und auch nicht die gleiche Person, die es ist. Da hast du ja recht, aber dann muss ich auch nicht versuchen, künstlich eine Vergleichbarkeit und eine Gerechtigkeit irgendwie herzustellen, weil ich kann das einfach nicht, weil jede Situation im Spiel, im Kontext, auch abhängig vom Spieler, doch gar nicht mit der nächsten verglichen werden kann. Das ist doch dann schon die Grundaussage, dass ich gar keine Vergleichbarkeit zwischen den Dingern irgendwie herstellen kann. Vielleicht maximal noch bei der Entscheidung, war der Ball jetzt drin, war er über die Torlinie oder nicht. Vielleicht meinetwegen auch noch mit gewissen Abstrichen beim Thema Abseits, wo du sagen kannst, okay, wenn der Fuß halt da drüber ist, dann ist der Fuß da halt drüber. Aber bei allem anderen geht das doch gar nicht, weil es ist doch immer abhängig vom Kontext. Ja, keine Ahnung. Wir müssen ja jetzt auch nicht ausufern, aber dann stellt sich halt die Frage, brauchen wir dann den VAR? Ja, ist die richtige Frage. Am Ende verschiebt sich dann einfach nur der Graubereich oder beziehungsweise kann der Graubereich genauer angeguckt werden, ist aber immer noch grau. Weil eigentlich hast du die Vorstellung, dass aus einem Graubereich schwarz und weiß wird beim Videobeweis. Das wird es ja aber gar nicht. Du bist auf den Platz mit einer grauen Brille, gehst zum Bildschirm, ist immer noch alles grau. Ja. So. Ja, stimmt. Wenn du Glück hast, verändern sich noch die Grautöne. Der eine sagt, das ist hellgrau, der andere sagt, das ist eher so mittelgrau. Aber macht das jetzt irgendwie besser? Wenigstens bin ich als Fan tatsächlich weniger sauer, wenn es kein VAR gibt und ich dann den Zweifel dem Schiri einräumen kann, dass er es eben nicht gesehen haben kann oder keine Ahnung, es ist ja menschlich, dass du mal eine Szene nicht ganz mitbekommen hast oder dass du es nicht richtig gesehen hast oder dass du deshalb irgendwie eine Fehlentscheidung triffst. Okay, aber wenn es dann dieses Ganze drumrum gibt, dass du da fünf Minuten an einem Bildschirm stehst, noch in Kommunikation mit irgendjemand anderem bist, der diese Bilder auch vorliegen hat und dann immer noch zur komplett falschen Entscheidung kommst und das ist ja passiert schon des Häufigeren, das kann ich dann halt nicht akzeptieren. Also da sitze ich dann und denke mir, also was soll das und warum passiert das? Das kann halt nicht sein. Und ich kann es wirklich mittlerweile besser akzeptieren, wenn ich weiß, die können es sich nicht angucken und dann gibt es wenigstens diese Möglichkeit, ach ja, keine Ahnung, vielleicht war er abgelenkt von, keine Ahnung, vielleicht hat er es nicht gesehen. Das ist ja menschlich. Aber so nervt es halt wirklich. Das ist, ja, das ist einfach nervig. Ich meine, die Eintracht hat ja profitiert auch. Wir reden ja jetzt hier nicht so von wegen, oh, die Eintracht wurde schon wieder um Punkte gebracht. Nee, ich glaube, dass wir einen Punkt auch gewonnen haben. Dadurch, dass da irgendein kompletter Privatdetektiv gesagt, okay, ich muss jetzt mal gucken, ob bei dem 2-1 von Union nicht doch irgendwas faul war und hat gefunden, dass irgendeine Fußspitze irgendwann mal irgendwo vorher im Abseits war, kann das gar nicht genau beweisen, weil du gar nicht genau anhalten kannst, wann verlässt der Ball den Fuß, sagt dann aber, ja gut, das wird schon Abseits gewesen sein. Stellt euch mal die Szene andersrum vor, da werden wir ausgerastet. Die Eintracht macht eine 90-Minute-Siegtor und dann ist da irgendwie ein Millimeter, ein Fuß, vier, fünf Pässe vorher im Abseits. Das mag regeltechnisch vielleicht stimmen, aber du kannst auch hier, wie gesagt, nicht genau beweisen und die Union haben sich meiner Meinung nach zu Recht aufgeregt. Und bei ihrem Ausgleich war es das Gleiche, dann haben die fünf Minuten später nochmal gejubelt und bla, das ist mittlerweile so. Wie Hollerbach da bei dem Ausgleich irgendwie zwei Minuten um den Mittelkreis betenderweise rumgetigert ist, ist das das, was man beim Fußball haben will, dass der Spieler da beten muss, dass das Tor zählt? Ja, ich war ehrlich gesagt am Anfang pro VR, dass ich dachte, okay, da werden so Entscheidungen, wie es Eintracht in Rostock damals passiert ist, nicht mehr möglich. Ich hätte es aber nicht für möglich gehalten, dass es doch noch möglich ist, wie Patrizia eben sagt. Es werden ja trotzdem glasklare Fehlentscheidungen getroffen, weil Bilder nicht zur Verfügung stehen, weil der sich das nicht angucken will, weil, keine Ahnung, weil, und die finden ja trotzdem noch statt und da muss man sagen, okay, vielleicht ist es eine gute Idee, aber die können es nicht umsetzen, weil, was Dennis sagt, es gibt so viele Graubereiche, das heißt, da kannst du es gar nicht vergleichbar umsetzen und weil halt immer noch Leute dort sitzen, die auch sonst Entscheidungen treffen. So, es ist ja nochmal, die Erkenntnis habe ich jetzt schon dreimal in irgendwelchen Sendungen gesagt, aber der VR ist am Ende, Günther Perl, so, der VR ist keine KI, der VR ist nicht eine übergeordnete Instanz, sondern das ist Günther Perl und Günther Perl sitzt da mit irgendwelchen Technikern und sagt, zeigst du mir nochmal die Szene, ja, und so, dann hat der eine andere Meinung, als der Schie, keine Ahnung, es ist unübersichtlich geworden und es greift meiner Meinung nach einfach zu sehr ins Spiel ein. Die haben das zu schlecht ausgeführt, dieses Instrument, als dass man noch sagen kann, okay, ich nehme das und das in Kauf, weil das ist nicht mehr der Fall. Ja, das ist das Schlimme. Es ist halt auch, wir kommen auch wieder auf diese Personalfrage, ich meine, das ist ja so ein Stück weit auch, was du sagst, mit von wegen, am Ende ist der VR auch Günther Perl, du machst ja jetzt auch nicht aus einem allgemeinen Mediziner irgendwie einen Herzchirurgen. Da hast du ja auch irgendwie dafür ausgebildetes Personal, warum gibt es das da an der Stelle nicht? Wir haben das Ding jetzt, wie lange haben wir den VR sechs Jahre mittlerweile? Fünf Jahre? War da nicht letztens irgendein, irgendein so ein Ding, dass du da immer noch einfach nur den gleichen Schiedsrichter irgendwie hinsetzt, wo du sagst von wegen, naja, auf dem Feld darf er nicht mehr, weil irgendwie Altersgrenze, dem trauen wir nicht mehr zu, dass er irgendwie mit dem grauen Stahl weiter als drei Meter gucken kann und der soll das jetzt auf dem Bildschirm entscheiden, wo er irgendwie, weiß ich nicht, 48 Monitore um sich rum hat und überhaupt nicht weiß, wo er hingucken soll? Verstehe ich nicht. Aber Patricia, ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung. Nee, ich glaube es auch wirklich nicht so. Also im Prinzip ist es, fand ich auch eigentlich immer, es ist ein guter Ansatz, eine gute Idee und ich habe auch gedacht, das hilft, aber mittlerweile ist es wirklich, so wie es ausgeführt wird, ist es halt irgendwie nicht so hilfreich, wie ich es mir erwünscht hätte, als es eingeführt wurde, wo ich dachte, boah, das ist ja irgendwie eine Neuerung, vielleicht muss man sich dran gewöhnen, aber es könnte dadurch fairer werden und aktuell habe ich nicht das Gefühl, dass dadurch irgendwas fairer oder besser wird, sondern es ist halt einfach, dann hast du andere Diskussionen, aber ja, es ist irgendwie ein bisschen unnötig, so in der Form, deswegen keine Ahnung, ob man das auch reformieren kann irgendwie, geht wahrscheinlich hier für diesen Podcast auch zu tief, vielleicht irgendein Challenge-System, keine Ahnung, dass du sagst, jeder kann da irgendwie zweimal oder einmal pro Halbzeit sagen, hey, pass auf, wir sehen das anders, guckt euch das bitte nochmal an, dann hätte man zumindest geregelt, wann darf er eingreifen und wann nicht, nämlich nur, wenn das jemand anfordert, ja, und dann auch nur bei bestimmten Situationen, keine Ahnung, aber irgendwie, also so wie es jetzt läuft, funktioniert es ja offensichtlich nicht so gut. Ja, und ich finde, das ist die Erkenntnis, die irgendwann mal durchdringen muss, dass sie sich nicht hinsetzen und das alles verteidigen, sondern dass die selber Bewusstsein haben und sagen, so Leute, das geht so nicht, wir bringen hier noch mehr Chaos rein und die Wut steigert sich halt auch dadurch, weil im Endeffekt ist es ja so, wenn du weißt, okay, der Stand daneben, hat es vielleicht in der Situation nicht gesehen, ist blöd, kann ich nichts machen, aber wenn du dann weißt, der guckt sich dieselben Bilder an und es gibt ja oft die Situation, du stehst im Stadion, es gibt eine Szene, die hast du vielleicht nicht genau mitbekommen, dann kriegst du schon aus der Heimat die ersten WhatsApp-Nachrichten, ein bisschen Verzögerung, und dann kriegst du die ersten Bilder geschickt, dann kriegst du ein Bild geschickt und siehst dieses Bild auch. Das ist ja wie so ein VAR auch, ja. Ja, du sitzt wie ein VAR da und denkst auch geil, Beispiel Lindström gegen Adyemi, Adyemi gegen Lindström, du kriegst die Szene geschickt. Und dann denkst du, ja gut, geil, ich habe irgendwie ein naives Vertrauen, weil ich weiß ja, der guckt sich das jetzt auch an und dann bist du irgendwie kurz erleichtert und denkst, ja Gott sei Dank gibt es das, Gott sei Dank guckt er sich das jetzt auch an. Und dann stehst du da und denkst, ja gut, und dann am Ende entscheidet er trotzdem kein Elfmeter und dann stehst du halt da und verstehst die Welt gar nicht mehr. Weil dann hast du zwei Ebenen, dann denkst du, okay, auf dem Platz hast du es vielleicht nicht gesehen, du Depp, aber du guckst auch gerade. Und ihr Deppen, die ihm die Bilder zeigt, zeig dem bitte alle Perspektiven. So. Also, und dann fehlt dir halt, dann fehlt halt jegliches Verständnis. Weil du weißt, okay, es hätte Hindernisse gegeben, die verhindern hätten können, dass du siehst, aber jetzt guckst du dir gerade die Bilder an und dann entscheidest du immer noch komplett falsch. Und das ist ja das Schlimme, du verlierst ja dadurch sogar Leute, die ein eigentlich fortschrittliches Konzept vielleicht unterstützen, die da irgendwie auf deiner Seite sind und sagen, hey, da habt ihr doch mal was eingeführt, ich bin da irgendwie dem positiv offen gegenübergestellt. Dann verlierst du halt auch die Leute. Du verlierst die Leute, die anfangs gesagt haben, boah, ja, VR kann ich mir vorstellen. Die sagen dann auch irgendwann, nee, boah, vielleicht sollten wir es doch einfach wieder lassen und aufs menschliche Auge vertrauen, weil, keine Ahnung, dann ist es weniger Ärgernis. Das hilft dir halt nicht. Vielleicht wäre es wirklich besser, wenn man es sich eingesteht und daran arbeitet, weil sonst hast du halt wirklich, dann ist es zu spät und dann hat eh gar keiner mehr Bock darauf. Und dann können wir wirklich einfach wieder zurück zum Standard, so wie es war und dann machen wir es einfach wieder so. Die Gewöhnung ist aber gekommen doch mittlerweile. Wir sind jede Woche genervt vom VR. Also der Gewöhnungseffekt hat bei mir eingesetzt. Das ist einfach, wir sind, ihr habt es richtig schön gesagt, es ist einfach, mittlerweile ist es mir, das nervt im Stadion, Basti, das ist doch noch schlimmer eigentlich. Im Stadion ist es ja noch mal nerviger und da geht es ja mit der Kommunikation dann auch, wie, was wird gerade gecheckt, wie wird es gemacht. Der ist ja noch mal schlechter, als wenn der Kommentator behauptet, er sieht gerade auf seinem Monitor irgendwas, was dann noch angezeigt wird und was weiß ich. Dann hat man vielleicht noch ein bisschen, wird noch ein bisschen mehr mitgenommen. Aber ich finde im Stadion ist es wirklich so, ja, das ist, das ist ein Gewöhnungseffekt da, der aber nicht ist, jetzt hat man sich daran gewöhnt und jetzt ist es gut, sondern es ist einfach nervig. Es ist, es ist auf gut Deutsch scheiße. Es ist im Stadion, finde ich es immer noch heute, ist kein Stück besser geworden als bei der Einführung. Zumindest geht es mir so. Ich weiß nicht, ob es euch da anders geht, aber ist so. Mich frustriert gerade eigentlich mehr, weil ich das Gefühl habe und ich kann jetzt nicht, ich habe jetzt keine Zahlen und habe die Fälle auch nicht gezählt, aber für mich der Eindruck kommt, dass die Fälle, wo man irgendwie die Entscheidung nicht nachvollziehen kann oder wo man eben eigentlich, wenn man sich die Bilder anguckt, sagen müsste, also das hätte sie jetzt schon irgendwie müssen, dass die gerade wieder mehr werden. also ich kann mich da immer noch nicht so richtig dran gewöhnen, weder im Stadion noch zu Hause. Ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass du den Eindruck hast, muss nicht mal statistisch hinterlegbar sein, sondern der ist einfach erklärbar durch diese doppelte Wut, die du hast, weil du weißt, dass die sich das angucken können. Das steigert ja diese Wut. Die Wut wird ja, die steigert sich ja massiv dadurch. Steigert sich massiv bei jedem Bundesliga-Fan, wenn gegen seinen Verein eine Entscheidung getroffen wird, die offensichtlich falsch ist und trotz Video-Unterstützung nicht korrigiert wird und dann am Ende auch noch aggressiv verteidigt wird in der Kommunikation. Das sind ja genau diese Zutaten, die du brauchst, um allein das Gefühl zu haben, dass es mehr geworden ist. Das reicht ja. Es ist ja egal, ob es stimmt oder nicht, weil das Gefühl, dass die Wut sich steigert, dadurch, dass du die Hilfsmittel hast und die werden nicht richtig eingenutzt beziehungsweise unterschiedlich, das kommt ja auch noch dazu, das ist ja das, was dazu führt. Und dann glaube ich auch, dass man, ja, ich weiß, aber Patrizia hat es gesagt, es wird wahrscheinlich zu tief und zu lange gehen, um jetzt zu überlegen, was kann man machen, weil du bist da jetzt drin, du wirst es auch nicht von heute auf morgen abschaffen, aber die müssen sich, glaube ich, eingestehen, dass sie ein Problem haben und das sehe ich halt nicht und das ist für mich das Schlimmste. Ja, stimme ich dir zu. Wie froh seid ihr denn dann, dass morgen im DFB-Pokalspiel der Eintracht gegen Gladbach es keinen VAR gibt? Und wo liegen denn dann die Probleme der Eintracht morgen, Basti? Siehst du, das hätte ich schon jetzt auch noch nicht gewusst. Ab wann gibt es VAR im DFB-Pokalspiel? In der dritten Runde. Was ist das dann? Also 16. Finale oder 8. Finale oder was ist das? 16. oder 18. 16. oder 8. Nee, die nächste Spielrunde, die jetzt dann kommt, ist doch dann 8. Finale. Okay, das heißt ab dem 8. Finale. Ja, morgen ist noch keiner. Morgen kannst du dich einfach ganz normal über den Schiedsrichter auf dem Feld aufreden, wenn der Scheiße pfeift. Das ist doch gut. Weiß ich das jetzt, Gott sei Dank. Und werde dann auch keine WhatsApp an irgendwelche Leute schreiben, mit zu Hause gucken und sagen, was war da los. Du kannst ja trotzdem machen, die können dir das dann auch schicken, aber du kannst dann nicht drauf hoffen, und dass irgendwer raus zum Monitor läuft. Dann beschwere ich mich, dass hier kein VR gibt. Ja. Ich hoffe, dass, ehrlich gesagt, ein Spiel stattfindet, wo egal ist, was das Spiel ist. Ich will einfach nach dem Spiel nicht wissen, wer das Schiedsrichter war. Ja. Oh, das ist das Beste. Das Beste Schiedsrichter ist, über den du nichts hörst. Das stimmt. Aber was denkt ihr denn generell in dem Spiel morgen? Das Spiel in der Liga gegen Gladbach haben wir in dieser Saison 2-0 gewonnen. Da hatten wir ja dann auch in der zweiten Halbzeit wieder so Phasen, wo es drohte zu kippen, es dann aber nicht wirklich gekippt ist. Aber wie sieht es denn jetzt aktuell aus? Wir sind mal ein paar Spieltage weiter hinten dran. Gladbach hat immer noch nicht wirklich viele Punkte geholt. Wir kommen aus zwei Spielen, wo wir, ja, munterputzen weiter, aber vielleicht nicht so richtig zufrieden sind. Was macht das mit der Eintracht und was macht das mit euch für morgen? Basti, immer noch die Frage an dich. Gar nichts. Ich glaube, dass die Eintracht Favorit in diesem Spiel ist. Gladbach einigermaßen gefangen. Kleindienst ist, glaube ich, auch ein gefährlicher Stürmer. Aber es tut mir leid, wenn denen ihrer bester Spieler Kleindienst ist und du hast mal Motion Etikette, dann wirst du, wenn du Bock hast, dieses Spiel gewinnen. Aber es ist am Ende ein Pokalspiel. Gladbach wird auch, glaube ich, mit vielen Fans auftauchen. Für Gladbach ist es auch eine Chance, außerhalb von der Bundesliga, in irgendeiner Art und Weise, sich Emotionen zu erspielen. Das ist richtig. Leicht wird das auf gar keinen Fall. Ich hoffe, dass die Eintracht es weiß und dass die Eintracht aus dem Unionsspiel Lehren zieht. Ja, und das ist für mich das Allerwichtigste in dieser Phase der Saison, dass es dabei bleibt, dass die Bock haben und nicht verkopfen, wie es in der letzten Saison irgendwann dann in gewissen Phasen war, wo dann das Zutrauen ins Spielsystem, das Zutrauen in die eigene Stärke irgendwann verloren gegangen ist, sondern dass sie einfach weiter Bock haben. Weil wenn du Bock hast, glaube ich auch, dass es wesentlich leichter ist, dann solche Spiele anzugehen und nicht zu denken, oh, was passiert denn, wenn wir da jetzt ausscheiden und dann am Ende ging Bochum und dann, nee, gar nichts passiert. Ihr gewinnt diesen beiden Spiele und fertig. Dennis, wie ist es bei dir? Dennis? Ah, Dennis, dein Internet geht gerade wieder spazieren. Bei Patricia ist es auch gerade eben spazieren gegangen. Sehr schön. Das ist doch eine wunderbare Sendung hier. Mal sehen, ob die Backup-Aufnahmen das irgendwie retten. Ja, Pasti. Hallo. Muss man zu zweit weitermachen. Auch schön. Wie geht's dir? René, jetzt drehe ich den Spieß mal um. Jetzt stelle ich hier mal die Frage. Lieber René, mit welchem Gefühl gehst du denn in dieses Gladbach-Spiel? Hast du Angst oder hast du auch immer noch Bock, weil du denkst, ey, dann hätte man schon mal Gladbach aus dem Pokal. Wer weiß, welcher Bundesligist vielleicht noch stolpert und ja, DFB-Pokal, paar emotionale Geschichten wären nach ein paar Jahren schon wieder mal ganz geil. Also ich habe unwahrscheinlich Bock auf diesen Wettbewerb, auch weil ich einfach glaube, dass wir in so Pokalwettbewerben immer noch mal einen Ticken besser sind als in der Liga. Ich finde halt nach wie vor, und das habe ich ja nach der Auslosung schon gesagt, dieses Los halt einfach ärgerlich, dass du so früh schon auf einen Mit-Bundesligisten da tritt, triffst. Ich tue mich ein bisschen schwer, Gladbach so richtig einzuschätzen, weil ich jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Spiele gesehen habe. Die sind halt schon so ein bisschen sehr angezählt, die haben nicht wirklich viele Punkte bislang, die können mit ihrer Saison nicht so richtig zufrieden sein. Ich glaube, da waren, wenn ich das richtig nachgeguckt habe, da waren auch so ein paar Spiele für Gladbach dabei, wo du sagst, von wegen die jetzt irgendwie verloren zu haben, ist auch echt irgendwie ärgerlich. Haben die nicht auch gegen Augsburg? Ja, die haben in Augsburg am sechsten Spieltag verloren. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, also meine Empfindung für dieses Spiel, die schwankt irgendwie so, nicht minütlich, aber so mit jeder Stunde in der einen Stunde, denke ich so, jawohl, die Eintracht ist Favorit, Mamusch kann sich da jetzt wieder irgendwie freispielen und macht irgendwie noch fünf Scorer und dann denke ich so, ach, das ist so dieses typische Eintracht-Diven-Spiel, wo du eigentlich ganz klar Favorit bist, zweimal ist es jetzt gut gegangen und da fliegst du jetzt richtig auf die Fresse. Also ich habe da noch keine so richtig klare Meinung. Gerade jetzt in dem Moment überwiegt mein Glaube daran, wie du es gerade eben auch gesagt hast, dass die Eintracht da Favorit ist und dass wir das Ding richtig sauber runterspielen, vielleicht sogar den einen oder anderen dann früh auswechseln können und noch ein bisschen Energie tanken. Wenn du mich in einer Stunde fragst, ist aber schon wieder anders wahrscheinlich. Hilft dir das? Nein. Hervorragend. Es ist am Ende, glaube ich, ein Spiel, auf das man Bock haben sollte, auch als Fan, weil es ist Flutlicht, es ist Eintracht gegen Gladbach, es ist DFB-Pokal, das ist schon geil, so meine Güte. Die Chancen, dass ihr Eintracht das Spiel gewinnt, stehen auch meiner Meinung nach gut und ansonsten sollte man vielleicht gar nicht anfangen, sich zu viele Gedanken zu machen über dieses Spiel, aber du hast jetzt mit zwei Heimspielen hintereinander auch endlich mal wieder Heimspiele. Drei Heimspiele hintereinander. Drei Heimspiele. Nächste Woche DFB-Pokal gegen Slavia Prag ist auch zu Hause. Ach, guck an, so drei Heimspiele hintereinander, nachdem du jetzt zweimal auswärts warst, also von daher ist es auch geil, dass wir das jetzt haben, diese Möglichkeit, also von daher, ich bin noch weit weg von, oh Gott, oh Gott. Dennis, wie ist es bei dir? Ich hoffe, ihr versteht mich, ansonsten. Jetzt ist es gerade wieder ganz gut. Gerade mal ganz gut, ja. Nein, das ist, also ich bin wirklich auch mega motiviert, Basti, du hast es richtig gesagt, du kannst ja jetzt auch einen schönen Trend wieder rausspielen, nachdem du diese, ja, viele, die ja schon sagen, oh, die Eintracht, die hat schon wieder verlernt über die gesamte Zeit gut zu performen, da ist ein Abwärtstrend erkennbar und so weiter und so fort, du hast das sofort wieder weg, sobald unsere Stürmer vorne erstens wieder in Szene etwas mehr, ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr Platz haben, sobald ein Mamouche wieder ein bisschen Platz bekommt, ein Ekitike, würde ich auch mal wieder gönnen, dass der einfach seine Stärken, die wir so oft jetzt auch schon gesehen haben, zumindest in Ansätzen, rausspielen kann. Da bin ich absolut überzeugt von, dass selbst die größten Kritiker wieder sagen, okay, die Eintracht ist eine Mannschaft, die zu Recht da oben mitspielt und nicht, naja, die hatten halt am Anfang hat es gut geklappt, jetzt siehst du schon, jetzt ist schon der Abwärtstrend da und in der Rückrunde brechen die eben auseinander. Das will ich einfach gar nicht, dass da einer, da würde ich jetzt gerne einfach anfangen, morgen, erstes Spiel, gewinnst du schon mal, ziehst du die nächste Runde ein, am Wochenende gegen Bochum machst du es auf jeden Fall schon mal rund und wenn du dann noch nächste Woche gegen Wench Slavia Prag ist, glaube ich, am Donnerstag, dann sieht die Welt schon mal richtig geil aus und dann bist du in allen drei Wettbewerben, stehst du super da und ich glaube noch wirklich, dass das einen sehr, sehr geilen Trend geben kann, um es auch den jungen Spielern und nochmal zu dem Thema kurz einzugreifen, den jungen Spielern den Einsatz auch besser zu ermöglichen, denn wenn die Eintracht anfängt jetzt rumzukriseln und zu verkopfen, dann wird es auch für die jungen Spieler, die reingeworfen werden sollen, super schwierig. da zu performen. Aber ich gehe davon aus, wenn du morgen einigermaßen runterspielst, bist du erstens Sieger vom Platz und zweitens hast du dir viel Platz geschaffen. Ja, aber wie Basti vorhin gesagt hat, eigentlich gibt es ja gar keinen Grund, jetzt irgendwie zu verkopfen. Du hast gegen Riga vielleicht nicht deine beste Leistung gezeigt, du hast aber einen Punkt geholt, du hast gegen Union auch nicht deine beste, er hat sogar drei Punkte gegen Riga geholt, was erzähle ich denn, er ist gegen Union auch nicht, bist auch nicht an dein Maximum gekommen, hast trotzdem irgendwie den Punkt bekommen, du hast jetzt gesehen, wo du die Fehler irgendwie beseitigen musst. Du kannst halt jetzt nicht wahnsinnig viel machen, weil du die zwei Tage zwischen den Spielen primär wahrscheinlich jetzt für Regeneration nutzt, aber zumindest so ein bisschen taktische Absprachen kannst du ja irgendwie machen und dann ist es auch gut. Es ist, wie Basti sagt, es ist unter der Woche, es ist Abend, es ist Flutlichtspiel, es haben alle irgendwie Bock, es wird laut auf den Rängen sein, Gladbach wird mit einer ordentlichen Truppe da irgendwie anreisen. Du kannst dich vielleicht noch ärgern, dass du nicht das Spiel um 20.45 Uhr bekommen hast, sondern dass du irgendwie um 18 Uhr Topf gelandet bist, aber ja, dann ist es halt so. Also es gibt ja eigentlich keinen Grund, jetzt nicht irgendwie sich auf dieses Spiel zu freuen und nicht hochmotiviert in dieses Spiel reingehen zu können. Amen. Das sollte der Spirit sein. Ja. Dann ist er das jetzt auch, das legen wir jetzt hier so fest und dann legen wir jetzt auch eine Startaufstellung fest. Basti, wie möchtest du aufstellen? Kevin Trapp im Tor, haben wir ja gehört. Ja. Innenverteidigung. Jetzt wird es interessant. Ich glaube, dass wir jetzt durch den Ausfall von den beiden erstmal die Systemfrage erklären müssen. Ja, wieso beide? Tert kann ja spielen. Genau. Mittwoch. Genau, morgen. Der ist ja im Pokal nicht gesperrt. Der darf am Sonntag gegen Bochum nicht spielen, aber der darf morgen spielen. Dann würde ich Tutor auf die Rechtsverteidigerposition stellen und Amanda in die Innenverteidigung. Okay. Koch, Tert, Amanda, Tutor, Viererkette. Dennis, hast du da Gegenmeinungen? Oder eine Gegenmeinung? Es kann doch erstmal nur eine sein. Ich würde mit Dreierkette spielen, tatsächlich. guter Koch und Herd. Weil ich glaube, dass die adäquate Umsetzung der Viererkette mit dem Ausfall so nicht mehr gegeben ist. Du aber auch vielleicht von der Positionssituation vorhin war Dena Ibimbe genannt. Also es sind so ein paar Spieler, die einfach für mich in die Dreierkettenkombination dann sehr, sehr gut reinpassen würden. Müsste man aber, es ist im Endeffekt wahrscheinlich am Ende auch so eine Situation, Tagesform abhängig, wie fit sind die Spieler, die da sind. Wer kann dann wirklich auch Vollgas geben? Aber ich bin normalerweise für die Dreierkette, ich gehe aber auch mit der Viererkette mit. Aber Tagesform wissen wir ja sowieso nie. Die können wir hier sowieso nicht berücksichtigen. Die Frage ist ja, gibt es irgendetwas, was mehr für das eine System generell spricht? Da habe ich jetzt bei dir, Dennis, rausgehört, dass du sagst, dass das von dem Personal, was vorhanden ist, eigentlich eher für die Dreierkette mit den Flügelspielern dann spricht. Glaube ich, dass die, die da sind, das stabiler spielen können, als dass du jetzt versuchst, das System Viererkette mit dem Personal noch weiter zu spielen, was jetzt noch reinkommen, reinrotieren würde. Was stört dich denn da am meisten? Dass Amanda in der Innenverteidigung ist oder dass Tuta als Außenverteidiger, als Rechtsverteidiger ist? Also die Kombination gefällt mir nicht, ja. Genau diese beiden Positionen sind natürlich dann das, was mich hier beides stört. Amanda in der Innenverteidigung ist für mich eine logische Wechsel, wenn eh mal rotiert werden muss, das ist in Ordnung. Tuta dann dazu noch auf rechts, das ist für mich bei der eh ohnehin etwas streikenden und holpernden Sechser- Positionssituation mit Pfalz und Skiri spielen sollte, das ist ja was wir dann gleich noch besprechen müssen oder ob dann doch man Dahoud eine Chance bekommt. Ja, es sind viele Sachen, die das sehr, sehr beeinflussen. Wenn du da Stabilität über die Position reinbekommst und Spiele reinbekommst, die auch mal einen Spielaufbau machen können, dann soll mir das auch recht sein, wenn Amanda in der Innenverteidigung spielt und ein Tuta meinetwegen auch mal rechts. Wenn du aber das alles verlierst und eh das Spiel dann eh über die Außen machen musst, dann lieber Dreierkette und links und rechts dann Vollgas über, ja, ich sag jetzt mal so diese Ebimbe, Enkuku oder Knauf noch mit rein, das sind dann für mich tatsächlich Positionsdinger, die dann eher nach, da hätte ich lieber Vollgas nach vorne. Aber das ist einfach was, das müssen wir, ich weiß nicht, wie sieht es bei euch aus? Was ist denn, René, bei dir? Bist du eher der Viererkettentyp jetzt hier von Basti oder sagst du Dreierkette ist für dich auch das Mittel der Wahl? Also ich finde, Amanda hat das ja gegen Riga eigentlich recht ordentlich gemacht und du wirst halt jetzt auch einfach anfangen müssen, da in der Innenverteidigung noch Leute reinzuwerfen. Jetzt haben wir den Ausfall von Theat oder den kommenden Ausfall von Theat, der ja auch eigentlich mit so einem Kandidat für Innenverteidigung irgendwie wäre. Du hattest bei Koch zwischendrin die Thematik mit, dass er so ein bisschen gesundheitlich angeschlagen war. Du hast vielleicht auch wieder eine Phase, wo Tuta einfach auch mal zwei Tage Spielpause irgendwie braucht. Also ich habe jetzt weniger ein Problem mit Amanda. Ich hätte vielleicht eher so ein bisschen Gedanken bei Tuta, weil ich mir nicht so sicher bin, ob wenn wir jetzt, wie du es gerade gesagt hast, Dennis, wenn wir das Spiel offensiv über die Außen machen müssen oder da ein bisschen offensiver stehen, ob da Tuta derjenige ist. Aber auf der anderen Seite tue ich ihm da vielleicht nach Unrecht und Tuta hat in den letzten Spielen auch einfach, wenn er nicht gerade irgendwie im Mittelfeld gespielt hat, da eigentlich auch einen sehr guten Job gemacht. Also meine Tendenz wäre tatsächlich auch gerade eher so ein bisschen Richtung Viererkette, wie Basti sie aufgestellt hat. Okay. Ich habe auch gerade nochmal geguckt, beim 2-0-Sieg hatten wir tatsächlich auch mit Viererkette gespielt. Ja. Christian Tutakoch und Tert. Ja. Also gehen wir mit Viererkette. Alles klaro. Gut. Dann, wie sieht das Mittelfeld vor der Viererkette aus, Basti? Larsson, Götze, Dahut. Larsson, Götze, Dahut. Also du lässt Skiri draußen? Ja. Gehe ich mit, ja. Das heißt, Götze auch eher so auf der 6er, 8er Position und nicht weiter vorne. Ja, ich glaube, dass wir eins unter Topmüller gelernt haben, eine wirkliche feste Position können wir den Spielern hier fast gar nicht mehr geben, weil das sich sowohl bei Ballbesitz als auch bei gegnerischem Ballbesitz immer ändert, aber ich würde die drei im Mittelfeld stellen und ja, wahrscheinlich Dahut und Larsson auf den 6er Position und Götze als 8er so ein bisschen davor. Okay. Und dann hätten wir ja noch, wenn ich das so grob richtig überschlagen hätte, noch drei für die Offensive übrig. Ich würde Mamouche, Etiquité und Bahouja nehmen. Bahouja? Ja, auf den habe ich irgendwie mal Bock. Okay. Das war jetzt auch tatsächlich gar nicht auf meine Planung. Und wie würdest du, auch wenn du sagst, dass die Spieler wahrscheinlich unter Topmüller keine feste Position haben oder man sie ihnen nicht so per Definition geben kann, aber wie würdest du das ein Stück weit anordnen, weil ich wüsste da jetzt überhaupt gerade nicht, wie ich die zusammenbringen soll. Bahouja links, Mamouche rechts, Etiquette in der Mitte. Das heißt, du ziehst Mamouche so ein bisschen aus der Mitte raus, was am Ende wahrscheinlich egal ist, weil er ja sowieso sehr oft da auf der Außenbahn auch unterwegs ist und dann da reinkattet. Ja. Und Bahouja würde ich gerne mal einfach von anfangen. Ich würde ihn gerne mal 90 Minuten spielen sehen, weil ich sowohl bei Chaby als auch bei Knauf momentan nicht das Gefühl habe, dass sie in Topform sind. Ja, ja. Und ich glaube schon, dass er das drin haben könnte und dass er dem Spiel auch neue Elemente geben kann, gerade was das 1 gegen 1 betrifft, wenn du mit Mamouche und Bahouja auf den Außen zwei Jungs hast, die 1 gegen 1 gehen können, dann hast du noch den Raumschweber da vorne mit Etiquette drin, dann ist es, glaube ich, schwer zu berechnen, was da vorne passiert. Aber Ibimbe ist bei dir auch komplett rausgeflogen, ne? Ibimbe ist bei mir rausgeflogen, ja. Bahouja dann quasi auf rechts. Nee, auf links. Aber das ist Bahouja auf links und Mamouche auf rechts. Genau. Aber die können, also die drei vorne können machen was wollen. Die wechseln ja sowieso und... Die können machen was wollen. Ja. Was sie sagt, machen wir so wollen. Ibimbe wäre bei mir tatsächlich dann halt in dem System von Dennis. Ja. Dann Ibimbe und Kungu auf den Außen, wenn dann keine Viererkette geht. Ja, ja. Wenn du auf Dreierkette gehst, wäre das auch so meine, mein präferiertes Ding. Okay. Ja. Machen wir. Dann lassen wir jetzt diese Aufstellung noch kurz von Patricia abnehmen, die wieder da ist, hoffentlich. Patricia, hörst du uns? Ja, ich höre euch. Ich hoffe, ihr hört mich auch und ich hoffe, ich bin nicht gleich wieder weg. Ja. Du musst jetzt ja einmal kurz die Aufstellung approven. Also, wir haben nach etwas längerer Diskussion uns auf eine Viererkette geeinigt. und die Aufstellung sieht wie folgt aus. Trab im Tor, obviously. Eine Viererkette bestehend aus Teat links, weil der darf ja noch spielen morgen. Amanda Koch in der Innenverteidigung, Tuta als Rechtsverteidiger. Davor ein Dreier Mittelfeld aus Larsson, Dahoud und Götze und dann die drei offensiven Bahoya auf links, Mamouche auf rechts und Eketike in der Mitte. Wobei, nach Bastis Ausführung, die sowieso machen dürfen, was sie wollen. Ja, da gehe ich mit. Vor allem mit dem, die dürfen machen, was sie wollen. Bahoya hatte ich tatsächlich auch auf dem Zettel und hätte den jetzt gerne mal gesehen. Vor allem, weil ich das Gefühl habe, es bietet sich an mit den, ja, mit dem aktuellen Ding, dass, ich bin ja ein J.B. Verfechter gewesen, sehr lange, aber ich kann langsam auch nicht mehr verteidigen, wenn es halt aktuell wirklich nicht so gut läuft. Vielleicht braucht er auch mal so ein bisschen eine Pause, um sich wieder zu sammeln und dann neu anzugreifen. Ich glaube nämlich immer noch, dass der funktionieren kann und ich finde, wir haben auch schon gesehen, dass der funktioniert, aber aktuell nicht. Deswegen bin ich auch auf Bahoya gekommen. Finde ich ganz cool. Ja, klingt für mich logisch. Würde ich auch so approven, vor allem, wenn wir es in der Viererkette machen. Also wie gesagt, ich würde Dina Ebimbe eigentlich schon gern spielen lassen, aber wahrscheinlich wäre das auch, das habe ich auch noch gehört, eher in diesem Dreier-Fünfer-Ketten-Ding sinnvoll. Ja, deswegen würde ich das jetzt auch einfach mal so abnehmen. Ihr habt das ja auch schon demokratisch abgestimmt und da ihr alle große Demokraten seid, würde ich das mal so, würde ich das jetzt auch mal so annehmen, weil ich selbst auch ein großer Demokrat bin. Demokratin. So. So. Hervorragend. Dann haben wir eine Aufstellung, das ist doch schon mal sehr schön und dann dürft ihr mir noch Ergebnistipps für das morgige Spiel mitteilen. Ich gucke mal, wer hier zuerst in der Liste steht, Dennis. Okay. Ein 3-1 für die Eintracht. Uff, mit Gegentor. Okay. Sehr gut. Basti? Ich sage 1-1. Nach 90 Minuten und du willst nachher wieder Elfmeterschießen einen Krimi haben. Ist mir egal, die Eintracht soll es irgendwie schaffen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das schwierig wird. Da ich aus dem Sportwettenbereich komme, kann ich auch 1-1 und es gibt trotzdem eine Quote. Alles gut. So ähnlich wie die drei Offensiven darfst du hier auch machen, was du willst. Okay. Patricia? Ich hoffe für meine mentale Gesundheit, dass wir das in 90 Minuten hinkriegen, deswegen tippe ich einfach mal so ein 2-1. Ich glaube auch, dass das ein enges Ding wird und ich tippe auch auf Gegentor mit, weil ich auch, das haben wir auch schon vor dem Bundesliga-Gladbach-Spiel besprochen, ich habe eine Kleindienstphobie irgendwie und ich weiß nicht warum, immer wenn ich den sehe oder den Namen höre, habe ich so das Gefühl, ja, der drückt, der Eintracht auf jeden Fall ein Tor. Deswegen muss ich das hier auch mit einberechnen. 2-1. Jetzt kann ich mich ja eigentlich schon nicht mehr auf ein Spiel zu Null irgendwie wegen deiner Kleindienstphobie. Das wäre ja unverantwortlich, wenn ich das jetzt tue. Oder habe ich dich angesteckt jetzt damit? Ja, ich glaube so schnell nicht, also eine Kleindienstphobie hätte ich jetzt nicht, aber ich glaube schon und Basti hat das vorhin auch gesagt, dass das durchaus ein nicht zu unterschätzender Offensivspieler ist, was ich nach wie vor in dem Kontext irgendwie für einen wirren Satz halte. Ich glaube trotzdem, dass die Eintracht es ähnlich macht wie im Hinspiel und wir da einfach 2-0 das Ding für uns entscheiden. Oha. Oha, sagt er. Das wäre sehr schön. Das wäre definitiv sehr schön und damit wäre die Eintracht dann eine Runde weiter und dann können wir uns demnächst so die große Hoffnung über die Auslosung unterhalten und welche Gegner wir da irgendwie bekommen. Gibt es denn aus den aktuellen Spielen, weil wir jetzt gerade während hier Pokal läuft, schon irgendwelche Überraschungen. Ich glaube bis hierhin noch nicht. Nee. Köln führt, das hat man schon ein paar Mal gesehen. Ob das nachher so bleibt, werden wir zu einem späteren Zeitpunkt wissen. Also wenn ihr die Folge hier hört, liebe Hörerinnen und Hörer, dann wisst ihr das definitiv. Wenn die Eintracht weiterkommt, Heimspiel gegen Karlsruhe. Wäre geil. Oh. Ja. Ich hätte auch Bock auf ein Spiel gegen Lautern, aber das sieht gerade nicht so aus, als wenn Lautern da irgendwie eine Runde weiterkommt. Aber die haben aber auch noch ein paar Minuten. Sind ja auch erst 20 Minuten gespielt zu dem Zeitpunkt, wo wir ja aufnehmen. Vielleicht dann, wenn Basti schon die Runde aufmacht, was wäre denn so euer Favorit von denen, die da sind? Also Basti sagt, Heimspiel gegen Karlsruhe. Patricia, was wäre dein Favorit? Boah, ich habe gar nicht auf dem Plan, wer alles noch drin ist. Ich habe jetzt nur die Heute-Spiele offen. Ja. Von daher muss ich mir jetzt da mal was rausziehen. Und eigentlich würde ich den Weg des geringsten Widerstands gehen. Aber für den Plot, wenn ich ein bisschen vermisse, ist der FC Köln. Deswegen hätte ich irgendwie Bock auf Köln, obwohl wir die ja jetzt eigentlich auch immer in der Bundesliga hatten. Aber ich vermisse die schon ein bisschen, ehrlich gesagt. Deswegen so ein Spiel gegen Köln, aber dann schon ein Heimspiel auf jeden Fall. Das sollte klar sein. Ja. Dennis? Also ich muss sagen, ich glaube, morgen spielen noch so Mannschaften. Dresden ist, glaube ich, noch in Nürnberg. Sicherlich auch alles ganz interessant. Ja, ich hatte tatsächlich auch, würde ich mich auf Karlsruhe natürlich freuen. Die haben heute gespielt gegen die Kickers, oder? Ja. Das heißt, die Kickers sind dann raus. Okay, gut. Ja. Nein, dann gehe ich auch tatsächlich mit dem Karlsruhe-Spiel. Das wäre so der Favorit. Und zur Not, wenn es tatsächlich so was wie Dresden oder Nürnberg wäre, wäre ich jetzt auch nicht super traurig. Weil es sind schon geile Spiele teilweise. Es ist nicht einfach, aber du hast hier auf jeden Fall gerade auch mit, hast halt auch noch Mannschaften dann drin, die ich jetzt, wo ich überhaupt keinen Bock drauf hätte, die vorhin zum Beispiel gewonnen haben. Egal ob Leipzig oder Leverkusen, das brauche ich nicht in der Achtelfinale. Das wäre so schlimm. Das ist für ein Scheiß. Ja. HSV würde ich übrigens auch noch nehmen, die spielen morgen. Die vermisse ich auch ein bisschen. Es ist hier eine große Vermissungstour durch die zweite Liga. Ja, aber sonst, wenn dann die Favoriten sich durchsetzen und wir dann eh wieder nur Erstligisten kriegen können, dann wird es ein bisschen unspaßig. Ja. Ja, ist korrekt. Patricia hat mich überzeugt, ich wäre dann auch tatsächlich tendenziell gerade eher für Köln in der Hoffnung, dass das dann quasi so das das Überbrückungsspiel für diese Saison ist und dass sie es für die nächste Saison irgendwie wieder schaffen, dann doch sich wieder Richtung Tabellenspitze der zweiten Liga zu bewegen und dann vielleicht auch wieder aufsteigen, dass man sie wieder regelmäßig zu Gast haben kann oder regelmäßiger. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir es für diese Woche mehr oder weniger geschafft. den Ausblick auf Bochum am Samstag 15.30, den lassen wir jetzt hier aus, weil da einfach noch zu viel irgendwie passieren kann. Dafür dann aber in der nächsten Woche definitiv der Rückblick auf Bochum und dann schauen wir auch da dann auf einen anderen Pokalwettbewerb wieder etwas intensiver, weil nächste Woche ist ja dann auch wieder Europa League, dann am Donnerstag gegen Prag und dann ist ja noch ein Ligaspiel und dann steht auch schon wieder was ein Glück eine Länderspielpause vor der Tür. Ist das nicht großartig, was dieser Fußballkalender in diesem Jahr so alles zu bieten hat? Große Freude. In diesem Sinne wünschen wir euch aber auf jeden Fall eine schöne Restwoche. Alle denen, die morgen um 18 Uhr bei der Eintracht im Stadion stehen, viel Erfolg, viel Spaß und ja, dann melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschöö. 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 Es kann auch von 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 Hey, 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 hey Hey, 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 hey Untertitelung des ZDF, 2020